Ein jüngerer FPÖ ist der nächste Redner. Es ist heute viel über die Geschichte der Kärntner Hypothekenbank gesprochen worden und da muss man einiges gerade rücken und wenn man von der Geschichte spricht, sollte man schon alles erwähnen. Und zwar 1990 bis dorthin hat es nämlich eine absolute Regierung in Kärnten gegeben und es hat nur eine Partei in Kärnten gegeben, die eine absolute gehabt hat, das war die SPÖ. Und wir haben ein Land übernommen, das knapp vor der Pleite stand damals und die Hypo stand auch vor der Pleite, so wie die Magdalene-Pleite, so wie die BWU, die Sie in die Pleite geführt haben. Das war es. Und damals ist das Landeshpothekengesetz gegründet worden, beschlossen worden im Kärntner Land. Das ist richtig, 1990 einstimmig in Landtag geschlossen worden. Bis dorthin war die Kärntner Landesbank eine ganz normale Hypothekenbank. Stimmt also auch nicht, dass es bis dorthin Haftungen gegeben hat. Die sind erst 1990 ermöglicht worden mit dem Gesetz und was dann auch stimmt in weiterer Folge, ab 1993 sind Haftungen aufgenommen worden unter dem Landeshauptmann Senator, unter dem Finanzreferenten Max Rauscher, unter dem Finanzreferenten Peter Ambrosi, jeweils SPÖ und ÖVP. Der Jörg Heider ist hier gesessen im Nationalrat. Und das war einmal der erste Teil der Geschichte. Und 1991 mit diesem Beschluss, mit diesem Beschluss 1991, das spürte ja keine Rolle, das war die Grundlage. Und Sie sitzen ja heute auch noch immer mit in der Regierung und haben alle Haftungen mitbeschlossen. Das hat ja der Krisbericht ergeben. Also Sie waren ja immer alle dabei. Der schwarz-rote Faden zieht sich durch bis heute. Und 1991 wurde diese Bank vom politischen Einfluss entzogen, weil sie eine Aktiengesellschaft gegründet worden sind. Sie müssten eigentlich das Aktienrecht kennen in einem Aktienrecht, wie dort Organe besetzt werden und bestellt worden und wem sie unterliegen und wem sie weisungsbefugt sind und von wem sie eine Weisung bekommen können. Und deshalb auch diese Einzeltätertheorie. Ich habe mir eigentlich gedacht, Sie haben die aufgegeben, immer zu sagen, der Jörg Heider war es, der Jörg Heider war es, er hatte keinen Einfluss auf diese Bank. Und Sie und dann im Jahr 2004 haben Sie alle diese Haftungserweiterungen mitbeschlossen. Das ist auch im Krisbericht nachzulesen. Das ist auch im Krisbericht nachzulesen. Und die sind von der EU deshalb eingefordert worden, weil man einen Vorteil für Banken sah in diesen Haftungsprovisionen gegenüber anderen Banken. Sie sind 2007 ausgelaufen und bis dorthin natürlich entsprechend nach oben gegangen. Ja und warum sind die nach oben gegangen? Was haben dann die Bayern getan? Was haben dann die Bayern getan? Sie haben ein inkontrolliertes Wachstum in dieser Bank vollzogen zwischen 2007 und 2009, eine Bilanzsumme von 24 Milliarden auf 41 Milliarden erhöht, Kredite von 10 Milliarden auf 18 Milliarden erhöht und Leasing von 2 Milliarden auf 13 Milliarden erhöht. Und 2009 haben dann die Bayern noch aus der Bank eine Milliarde an Eigenkapital entzogen. Wenn das heute ein Privater machen würde, dass er bevor ein Unternehmen in den Konkurs schickt, dann würde man von fahrlässiger Kriter sprechen, meine Damen und Herren. Und dann haben Sie diese Bank verstaatlicht. Und gestern hat der Herr Obernussler dann gemeint, ja und die Kärnten haben dem auch noch zugestimmt und haben das befürwortet. Die Kärnten aber zu diesem Zeitpunkt nicht mal mehr eingebunden in die ganzen Verhandlungen. Das hat hier der Bund alleine mit den Bayern gemacht über das Finanzministerium. Und dann ist es den Kärnten mitgeteilt worden, dass sie diesen Beschluss zu fassen haben. Die haben damals noch 12 Prozent gehabt. Das war die Wahrheit. Und das alles können Sie aus den Krisenberichten herauslesen, dass Ihnen das nicht gefällt, die Wahrheit. Das ist natürlich klar, dass Sie darüber schimpfen. Aber wir werden Gelegenheit haben, im Untersuchungsausschuss das alles aufzuarbeiten und ans Tag zu bringen. Und ich hoffe, den Schaden, den Sie angerichtet haben seit 2009, weil seitdem sind Sie wieder als politische Parteien für diese Bank verantwortlich. Davor war es im Management geführt, so gering wie möglich für den Steuerzahlern zu halten. Danke.